Das ist also unser Team. Sehr gut. Wir kommen durch dieses Tor hier rein. Und zwar klettert einer von uns rüber, stellt den Mittelpinn nach oben, dann können wir das Tor aufschwingen. Gehen dann auf den Platz und hier auf dem Platz liegt der Baum auf dem Hänger. Also auf gutes Gelingen, Jungs. Ab in die Autos und Abfahrt. Wir befinden uns jetzt auf dem Weg ins Zielgebiet, beziehungsweise in diesem Fall Zeilgebiet, denn wir klauen ihm Zeil am Main. Der Baum, ja, noch knappe zwei Kilometer entfernt. Die Lichter der Stadt sind nahezu alle erloschen, was um diese Uhrzeit kurz vor Mitternacht auch kein Wunder ist. Gut für uns. Jetzt sind wir heute im Päscher, die ich gerade ran schreien. Ich steuere mich. Oh." You got it now. You got it now. You got it now. Das ist nochmal gut. You got it now. 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 Musik Wir haben den Tiefnader ein paar Zentimeter da unten gelegt und wenn alles klappt geht, sind wir in zwei, drei Minuten mit dem Baum, der dann fixiert wird, schon auf dem Weg in Richtung Ortsausgabe. Schau mal raus, gehen wir jetzt an. Ein, zwei, drei, drei. Jetzt hat er nicht angerufen. Langsam runter, langsam runter. Und rüber. Da vorne kommt Frontschild. Da vorne kommt Frontschild noch. 3, 400 Meter. Ja, wir haben geschafft! Ja, unser Ball!